Wir sind die Hamsterwande und lösen jeden Fall. Auf jeden Fall! Hier kommt Kevin! Ey, scheiß King Kevin! Hier kommt Klopsi! Mit Vollmung tut man ja nicht am Sprechend sein. Hier kommt Kati! Ich bleib besser hier, das ist so gefährlich. Und Hamster Hansi! Wieso bewegt er sich eigentlich nie? Wir sind die Hamsterwande und lösen jeden Fall. Juhu! Kevin und Klopsi saßen im Baumhaus. Da kam Kati aufgeregt die Leiter hoch. Hey Leute, die Piepenbreiers wollen unser Baumhaus abhacken. Was? Ja, der Baum steht doch auf deren Grundstück. Ach so, ich hatte schon Angst, die wollen unser Baumhaus abreißen. Oh Kevin, was wird doch damit abgehackt? Boah, diese Schweine! Dieses Baumhaus habe ich mit meinen eigenen Händen erschaffen. Das hat uns doch dein Vater gebaut. Ich habe aber die Möbel hier hochgeschleppt. Nein, das war deine Mutter. Ja, und wer ist der Sohn von meiner Mutter, Klopsi? Keine Ahnung. Kati! Ja, okay Kevin, das bist du. Seht ihr, ich. Außerdem kümmere ich mich dauernd um den Hamster. Ach komm, du würdest doch nicht mal merken, wenn Hansi tot wäre. Hey Leute, die dürfen unseren Baum nicht fällen. Dann ketten wir ihn doch einfach fest. Aber wo dran denn? Ja, ans Baumhaus. Sauber Leute, feil gelöst. Hey Jungs, besser Fälle lösen als Bäume fällen. Der war gut. Und so endete dieses spannende Abenteuer. Wir sind die Hamsterwande und lösen jeden Fall. Oh. Ja. Aha! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020